Gute Frage, gute Frage. Nein, Ikea ist schlechter. Hier ist es schon spannend. Es ist spannend, die ganzen Buchtitel zu sehen, Menschen zu treffen. Ikea, nein. Das ist sehr ehrlich, authentisch und eine spannende Entdeckungsreise ist. Leider, leider erlaubt mir die Zeit, das nicht zu machen. Ich habe sehr viele Bücher, was ich lesen möchte, das ist aber schon seit drei, vier Jahren und seitdem habe ich wirklich fast kein Buch gelesen, aber dafür lese ich sehr, sehr viel Aktuelles. Einfach so tun, dass man sein Ziel kennt, nach vorne schauen und ganz gesunden Selbstbewusstsein vorbeigehen und dann denken die Leute, okay, der weiß schon, was er macht und einfach durch entspannt und sehr höflich grüßen und einfach vorbeigehen.